Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt in ein kleines News Video zu Gran Turismo 7. Wurde ja auch mal wieder Zeit, dass ich mit einer richtigen News auftrumpfen kann, aber ganz ehrlich, setzt euch wieder hin, die News ist noch nicht sehr vielsagend. Und das ist eine News, die läuft auch unter dem Radar, die hat vielleicht der ein oder andere noch nicht mitbekommen. Es wird offensichtlich in der kommenden Woche ein neues Update endlich mal wieder zu Gran Turismo 7 geben. Und warum sage ich, es kann noch untergegangen sein und läuft unter dem Radar? Weil normalerweise wird man über diese Updates ganz gut im Vorfeld informiert, über mehrere Tage oftmals auch. Zum Beispiel, wenn man das Spiel startet, kommt ja dann eigentlich auch eine Meldung, ein Update kommt. Und wenn diese Meldung so nicht steht, dann ist das verschlüsselt, weil man einfach sagt, an dem und dem Tag gibt es Serverwartung. Und in der Regel ging diese Serverwartung immer einher damit, dass dann kurz darauf ein Update erschienen ist. Das gibt es bis jetzt noch nicht. Oder alternativ hört man über diese Updates, die dann in Planung sind, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht schon eine Woche nennen kann, wann die Updates kommen. Dann gibt es dazu eine kleine News auf der offiziellen Webseite, gran-turismo.com. Aber auch das ist bis jetzt nicht der Fall. Nein, der Einzige, der genau das so offenkundig gesagt hat, ist quasi ein Leaker, könnte man sagen. Es ist nämlich Kazunori Yamauchi, also der Chefentwickler bei Polyphony Digital, der selbst gesagt hat, und zwar über Twitter. Leute, nächste Woche gibt es ein neues Update. Und dazu ein kleines Bild, so wie beim letzten Mal schon, mit drei sehr dunklen Silhouetten von drei Fahrzeugen, damit wir wieder grübeln können und raten können. Aber, was wir definitiv dementsprechend wissen ist, es wird in der nächsten Woche ein Update geben, was auf jeden Fall schon mal drei neue Fahrzeuge ins Spiel bringt. Theoretisch wissen wir also noch nicht, welche Fahrzeuge das sind. Da gehe ich aber gleich darauf ein, denn da gibt es wohl schon ein paar Spekulationen, beziehungsweise es gibt einfach ein paar Fachleute und Cracks, anders als ich es bin. Die können auch anhand der Silhouetten ziemlich sicher sagen, um was für Autos es sich handelt. Will ich euch gleich nicht vorenthalten. Und was ich eben auch sagen möchte ist, viele spekulieren, weil zuletzt ist auch ein Update schon mal am Montag erschienen oder so, ja zumindest am Anfang der Woche. Und dann heißt es also gerüchteküchemäßig, ja dann wird das Update vielleicht schon am Montagnachmittag erscheinen. Und das sehe ich tatsächlich nicht so, außer das Update wird nichts am eigentlichen Spiel, außer dem Hinzufügen von drei neuen Autos verändern. Und ich glaube selbst dafür würden sie eine kleine Serverwartung machen müssen vermutlich, weiß ich jetzt nicht genau. Aber bisher, ich habe es vorhin ja gesagt, gab es immer eine Serverwartung und in der Zeit spielen sie dann dieses Update auf diese Server. Und ich glaube, das ist unumgänglich, weil wir ja auch dauerhaft online sein müssen. Ich glaube, das muss auf irgendwelchen Servern drauf sein, damit wir die Fahrzeuge abrufen können. Und dementsprechend glaube ich nicht daran, dass das Update schon am Montag da sein wird. Weil ich habe ganz frisch auch vorhin nochmal überprüft, es gibt keine Meldung bezüglich einer Serverwartung bisher, auch im Spiel nicht. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das am Montag der Fall sein wird, sondern frühestens Dienstag. Aber ich bin gespannt. Ich werde euch gegebenenfalls auch nochmal irgendwie updaten, wenn möglich, wenn ich dann Näheres weiß. Bisher gibt es also noch keinen Tag, aber es soll nächste Woche passieren. Ansonsten auch nochmal kurz zu diesem Tweet von Yamauchi. Der Tweet gibt nämlich nichts her. Also er zeigt wirklich nur dieses Bild mit den drei Autosilhouetten. Und eben vom Japanischen übersetzt, ein Update kommt nächste Woche. Also wir haben keine Ahnung, worum es sich da handelt. Wird es nur diese drei Autos geben? Wird es, wovon ich eher ausgehe, drei Autos geben und ein paar, weiß ich nicht, Stabilitätsverbesserungen, weniger Bugs, weniger Abstürze und sowas? Das setze ich eigentlich voraus. Oder, und jetzt wäre das eine Sache, auf die ich mich vor allen Dingen besonders freuen würde, weil ich muss sagen, mit den Autos komme ich klar. Ich bräuchte jetzt nicht zwingend neue Autos, obwohl ich das immer sehr gerne habe. Natürlich keine Frage. Aber ob die jetzt schon da sind oder erst irgendwie einen Monat, da bin ich ehrlich. Das ist mir nicht so wichtig, wie wenn sie auf andere Dinge erstmal achten und diese umsetzen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dieses neue Update eben nicht nur diese drei Autos mitbringt, sondern ein sehr gewünschtes Feature von sehr vielen von euch. Habe ich auch jüngst in meinem Video festgestellt, wieder mal, wo ich die meiner Meinung nach acht dringendsten Verbesserungen vorschlage, die Gran Turismo mitbringen muss. Und da ist eine davon, dass man die Autos endlich wieder verkaufen können sollte. Und das hat der Entwickler ja auch gesagt, dass sie daran arbeiten, dass das demnächst wieder möglich gemacht wird. Und das ist jetzt schon wieder viele Wochen her. Von daher, ich würde mir einfach wünschen, dass das mit diesem nächsten Update in der nächsten Woche tatsächlich möglich wird. Und dann möchte ich euch natürlich auch mal schnell sagen, welche Autos so offensichtlich sind für Fahrzeugkenner, dass man das eben schon benennen kann anhand der Silhouetten. Zum einen soll es sich da einmal um den Toyota GR010 handeln. Das ist ein Hypercar. Sehr interessant. Das zweite Fahrzeug soll ein Camaro sein, aber nicht irgendeiner, sondern der GoPro Rampage 1970. Und beim dritten Auto ist man sich da noch nicht so ganz sicher. Aber es deutet sich an, dass zum Beispiel es eine Corvette C3 sein könnte. Und ich kann nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin da definitiv nicht der Autocrack und kann das eben überhaupt nicht erkennen. Ich vertraue da einfach auf die Informationen, die ich aus dem Internet hatte und ich bin gespannt. In wenigen Tagen werden wir es dann wohl auch safe wissen, was das für drei Autos gewesen sind. Und das sind auch schon alle Infos, die es bis hierhin gibt. Wie gesagt, noch gibt es eben nicht viele Infos. Aber sobald es neue Infos gibt oder eben spätestens, wenn wir dann wirklich dieses Update bekommen haben, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich natürlich auch wieder sehr gerne ein Video dazu machen werde, um euch abzudaten, was dieses Update gebracht hat und wie ich das Ganze so finde. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dass ihr das dringend nachholt, weil dann verpasst ihr diese News auch nicht. Und natürlich diesem Video solltet ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch von dem Update noch erhofft und was eben sehr dringend passieren sollte, damit Gran Turismo noch besser wird, als es vielleicht eh schon ist. Zumindest in meinen Augen. Werdet ihr bald auch im Detail erfahren, denn ich arbeite akribisch an einem endlich, an einem finalen Fazit. Ähm, dauerte viel länger, als ich wollte. Das ganze Fazit wird auch länger ausfallen, als ich das eigentlich vorhatte, weil ich habe so eine Grenze von maximal 15 Minuten, die ich eigentlich immer haben möchte für so ein Fazit, für so ein Urteil. Aber ich bin aktuell der Meinung, das Ganze wird eher Richtung 20 Minuten gehen. Nichtsdestotrotz, ich plane es in den nächsten grob ein bis zwei Wochen zu veröffentlichen. Also in den nächsten Tagen ist es dann bald soweit. Und dann hoffe ich auch, dass ihr in das Fazit reinklicken werdet. So viel Werbung am Rande für mich selber. Und nun verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.